Markus Lanz, offiziell. Scheidung Ehefrau Angela. Markus Lanz, 53, und seine Ehefrau Angela sind kein Paar mehr. Das hat der Anwalt des TV-Moderators, Christian Scherz, gegenüber der deutschen Presseagentur bestätigt. Weiter erklärt Scherz, dass sich die beiden bereits vor geraumer Zeit getrennt hätten und bitte darum, die Privatsphäre des Paares zu respektieren. Markus und Angela Lanz gaben sich 2011 nach dreijähriger Beziehung in Südtirol das Jahr wort. 2014 sowie 2018 kamen ihre Töchter zur Welt, aus einer früheren Beziehung des 53-Jährigen mit der Moderatorin Birgit Schrowange. 64, hat Markus Lanz noch einen Sohn. Sein Privatleben hielt das Paar weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Und auch die Trennung soll nun fernab des Rampenlichts stattfinden. Verwendete Quellen, deutsche Presseagentur.